das schiff katholische kirche befindet sich bekanntlich seit geraumer zeit in schwierigen fahrwasser so mancher glaubt aufgrund der aktuellen vorkommnisse von bord gehen zu müssen das ist hier und heute für mich verständlich aber es muss sich etwas ändern sonst wird das schiff aufgegeben die worte des bischofs von essen dr franz josef oberbeck bei seiner amtseinführung im jahre 2009 sind jetzt aktueller als je zuvor hört nie auf anzufangen meine neue serie befasst sich mit dem leben in der kirche das geprägt ist durch liturgie glaubenszeugnis nächsten liebe und gemeinschaft mein film beschränkt sich aber auf die feier der liturgie dazu besuchen wir katholische gemeinden in der stadt glattbeck die strukturreform im bistum essen brachte gravierende veränderungen mit sich auch für uns in glattbeck die popsteiferei sankt lamberti steht aber noch am anfang und muss noch zusammenwachsen die dreharbeiten fanden im jahre 2010 statt seit dem jahre 2010 hat sich aber vieles in der popsteiferei verändert einige gottes häuser wurden aus den sicherlich bekannten gründen eine andere nutzung zugeführt oder stehen kurz vor dem abbruch traurig und so darf es nicht weitergehen hört nie auf anzufangen vor diesem hintergrund kam mir die idee zu dieser serie mit mehreren folgen ihnen ist möglicherweise bekannt dass es einen 60 minütigen film mit dem titel hört nie auf anzufangen gibt diesem liturgischen streifzug durch die gemeinde der popsteiferei sind die meisten filmszenen entnommen in dieser ersten folge sind wir bei der amtseinführung von dr franz josef roberbeck als bischof von essen dabei am 20 dezember 2009 und wir nehmen teil an der verabschiedung des alten und der einführung des neuen pfarrers der pfarrerei und gemeinde sankt lamberti herzlich willkommen in glattbeck der stadt am nordrand des ruhrgebietes und so Untertitelung des ZDF, 2020 Das Rohbistum hat einen neuen Bischof und so will ich mich Ihnen vorstellen. Mein Amtsantritt fällt in die Zeit des Advent. Der Advent ist die Zeit, in der Gott neu anfängt, in der Gott uns viel zutraut und auch manches von uns erwartet. Ich beginne diesen Dienst, indem ich in der Reihe meiner Vorgänger weitergehen darf. Und so denke ich an Franz Kardinal Hengsbach, sowie an Altbischof Dr. Hubert Lute und Bischof Dr. Felix Genn, die heute, was mich sehr freut, unter uns sind. Und ich gehe diesen Weg weiter mit vielen, die mit mir in den Spuren des Glaubens gehen. Und ich tue es gerne und voller Erwartungen. Es sind Zeiten, in denen das Bistum Essen mit einem großen Strukturwandel auf die Anforderungen der vergangenen Jahrzehnte, in denen sich diese Veränderung schon zeichnet, antwortet hat. Für alle, die mit viel Herzblut den Weg der Kirche von Essen mittragen, wird es auch bedeuten, weiterhin Schweres zu tragen. Für alle Männer und Frauen, die ehrenamtlich und hauptberuflich dies mittun, bedeutet es weiter, sich vielen Herausforderungen zu stellen. Ich möchte sie alle ermutigen, den Verheißungen Gottes zu trauen und von ihm her anzufangen. Dies zu tun bedeutet, Gott den Anfang setzen zu lassen. Und darum ist es so wichtig, sich immer wieder an Jesus Christus und am Wirken des Heiligen Geistes auszurichten. So fängt Gott an. Im Gebet, in der Feier unserer Gottesdienste, in der Verkündigung des Evangeliums, in der Caritas, immer wieder aus der Kraft, die die Schönheit und Lebendigkeit Gottes gibt, sein Christsein zu leben und darin die Energiequelle unseres Christseins zu entdecken, das hilft, Zeugnis zu geben und die Berufung in der Kirche und in unserer Gesellschaft zu erkennen, zu lieben und zu leben. Dazu möge diese Kraft Gottes uns immer wieder helfen. Maranatha, komm Herr Jesus. Ja, und ich füge hinzu und bitte ihn, Herr Jesus, lass uns nie aufhören anzufangen. Amen. 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 Heute, am 19.09.2009, nehmen wir teil an der Verabschiedung des Alten und der Einführung des neuen Pfarrers, der Pfarrei und der Popstei der Gemeinde St. Lamberti. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen danken, dass Gott uns in Karl-Heinz Berger einen guten Hirten geschenkt hat über viele Jahre hier. Und wir sind froh und glücklich darüber, dass er sozusagen den Hirtenstab weitergeben kann an André Müller. Ich dachte vorhin, ganz anders wie bei der Besetzung eines Bischofsstuhls, da lässt die Subzession etwas zu wünschen übrig. Dies hier ist ein schönes Beispiel, das Beachtung über St. Lamberti hinaus verdient und dem nachgeeifert werden kann. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und auf den Heiligen Geist sowie im Vertrauen auf die Unterstützung aller Gemeinden und aller gläubigen Gladbecks will ich mich bemühen, dieser Propsteiferei zu dienen, zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Lieber André, hiermit übergebe ich dir die Schlüssel für die Lamberti-Kirche. Möge dir der Heilige Geist immer wieder die Gabe schenken, die Herzen der Menschen aufzuschließen für die frohe Botschaft Gottes. Das Kreuz, das du jetzt als Props tragen wirst, sei dir dabei ein Rückhalt und auch ein Ansporn, die lange Tradition der Glaubensverkündigung hier in Gladbeck fortzusetzen mit der Hilfe Gottes. Applaus 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 Als es darum ging, haben Sie denn einen Wunsch? Ja, klar haben wir einen Wunsch. Und wenn wir es zusammenziehen auf diese Hirtensorge, von der wir heute so viel gehört haben, ist es, dass wir alle zusammenbleiben. Das heißt nicht, dass wir ab jetzt alles zusammen machen, sondern das heißt, dass wir uns als Pfarrei, als Christinnen und Christen in dieser Stadt, in unseren Gemeinden verstehen, aber auch die Zeichen der Zeit erkennen und nach vorne gehen und Kirche so gestalten und Gesellschaft so mitgestalten und unseren Glauben so gestalten, dass wir zur Ehre Gottes und den Anfordernissen der heutigen Zeit und was da alles auf uns zukommt, so aufgestellt sind, dass wir das christliche Zeugnis, dass wir das Zeugnis des Evangeliums in die Hände der nächsten Generationen geben können. Das ist der Maßstab, an dem wir alle gemessen werden. Und dazu möchte ich Sie alle einladen, als Mitbrüder, die heute hier zahlreich vertreten sind, ein gutes Zeichen. Dazu möchte ich Sie als Getaufte einladen, in Ihrer Hirtensorge daran mitzuwirken. Das ist das Kernanliegen unseres Auftrags. Der Herr sei mit euch und mit deinem Kreisen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Vorwunschung ist die Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne und beschütze euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehört Ihnen in Frieden. Ganz heilig, Herr. Das ist der Grund, der Vater und der Heilige Geist. Ganz heilig, Herr. Ganz heilig, Herr. Ganz heilig, Herr. Nichts heilig, Herr. Ganz heilig, Herr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020